Was ist das da? LOL Das Gewehr pimmelt hier rum Na, ich suche eine Mosche Na, ja Heyo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Unturned Warum habe ich hier gestoppt? Achso, wir wollten runter zu der Farm Ah, okay Ja, ja Ich war ein bisschen verwirrt Ich dachte, ich wäre Hier oben an diesem Campground Also, da wäre dann hier rein theoretisch die Insel Aber nein Aber nein, okay Ich muss aufpassen Die Zombies, die sind ja wieder respawned Das passiert nach jedem Mal Ein- und Auslocken Und wenn ich die Folgen, äh Beende, dann, äh Locke ich mich aus, ne? Logisch, irgendwie Weil, äh, ja Okay, da hinten ist das Auto Ich weiß nicht, wie weit es noch reicht Aber die Farm ist ein bisschen weiter im Süden Auf jeden Fall Dort begeben wir uns jetzt auf jeden Fall mal hin Ich will alles von dieser Map sehen Und dann muss ich mich in den Multiplayer irgendwie versuchen einzuleben Wovor ich so Oh fuck Das Auto ist leer Wovor ich ein bisschen Bammel habe Ich denke, bevor ich mein Projekt Ich habe mir schon ein Projekt ausgedacht Für antörend Was für ein Multiplayer ziemlich geil wäre Will ich erst Also bevor das anfängt Will ich zuallererst mal so ein bisschen Auf random Server gehen Ihr könnt mir dann Server-IPs in die Kommentare schreiben Dann komme ich da einfach mal drauf Und zocke eine Runde Und, äh Guck mir das mal an Und wenn mir der Server gefällt Kann ich da länger drauf spielen Allerdings ist dann halt eben die Gefahr Dass Leute drauf gehen Mein Lager finden Und mich plündern Und Da habe ich keinen Bock drauf Deswegen, äh Ja Will ich da halt so ein bisschen Ja, ich muss da Ich habe momentan Mega wenig Zeit Das hat auch Also das Ist unter anderem auch der Grund Hey, ist das Das ist so ein graues Nachtsichtgerät Das finde ich auch geil Also so mit schwarzen Kein grünes Sondern ein schwarzes So Das war auch der Grund Warum jetzt zwei Tage lang Kein, äh Minecraft Die Gefährten kam Weil eben Ja Ich hatte anderes zu tun Und die anderen Videos Die kamen Die hatte ich halt eben Auf Lager Deswegen war es einfacher Die zu bringen Als neues wieder zu produzieren Von daher Hoffe ich Habt ihr Verständnis Und Ja Was ist das? Oh Eine Waffe Eine Masterkey Wo ist die? Da Kann ich die nicht anlegen Warum nicht? So warte mal Ich dropp das mal kurz Oh Der Zweischuss Soll ich? Oh Da hätte ich schon Bock drauf Warte mal Das Messer Hätte ich gerne da Und wir gehen auch hier oben Ich hätte Bock zu schießen Lass uns mal schießen Mit dieser Waffe Ey das ist jetzt gerade voll so Das Walking Dead Feeling Ohne Witz Oh nein Ach dieser Pisser Hat mich gesehen Also diese Schwarz-Weiße vor allem Und Bam Okay Da ist One-Hint gewesen Egal Ich will Mit dieser Waffe hier Jetzt in den Schuss landen Okay Fuck Ich habe ihn zwar getroffen Oh warte Reload Oh oh Ich kann nicht reloaden Na Jetzt kommen die hier hoch Öpsala Pam Und Pam Und Oh fuck Fuck you Oh Ha Oh da kommt noch mal was Er kommt hochgekrochen Der flitzt so rum wie Superman Wow Er fällt runter Geile Scheiße Ne Dann kommen halt noch mal hoch Ne Wow Alter nein Alter nein Alter Ich blute schon wieder Fuck it Oh man Shit 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 Ich habe glaube ich nichts mehr da Ich habe keine Bandage Warte auf hier Oha Huh So Jetzt essen Und trinken Auf jeden Fall Hier Zack Boah An der Farm hier Geht's ab So Okay Bin wieder full trinken So Dann essen wir noch was So Habe ich noch was zu essen Was ist das Brot Komm Das Brot hauen wir uns noch rein Okay Ja Mein Leben steigt wieder Das ist gut Huh Vielleicht ist da noch was zu essen drin Wäre schön Zumindest Schade dass es hier gerade Keinen Traktor gibt Was ist das Bottled Water Ne Ich habe eine Wasserflasche Potato Seed Ich will hier nicht länger bleiben Von daher nehme ich das nicht mit Das hier benutze ich um Stoff zu machen Das da Bandagen Werden benötigt So Sport Short Daraus kann ich auch noch Bandagen machen Oh Hä Achso Das ist ein Rucksack White Poncho Ach nee Ich hatte gar nichts an Ach cool So Flashlight Okay Hä Mein Leben steigt wieder nicht mehr Moment Essen wir das da So Hups Mein Leben muss doch steigen So gut Den erledigen wir noch So Ich bin bei 39 Punkte Brauch 50 Punkte Random Boost Upgrade kost 15 Okay Dann kann man random Rein theoretisch boosten Aber das wollen wir jetzt erstmal nicht Okay Hier auf der Farm Hat es wirklich nichts tolles gegeben Schauen wir mal auf der Map Oh wir schwimmen zu der Olden Eisel Ne Die ist dort hinten Müsste die sein Dort schwimmen wir hin Ne Und gucken Was da so geht Ne So Ey mir gefällt Das Ganze hier Ich 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 feier das Das hat Hat wirklich so The Walking Dead Feeling Habt ihr übrigens Die neuesten Folgen The Walking Dead Gesehen Ich habe Gestern habe ich mir Die zweite Folge angeguckt Und die zweite Folge Leute ich schwöre es euch Die toppt Die erste Folge Um Längen Und die ist Wow Oh Mega krass Ey Ich Ich kann davon Glaub ich Ein bisschen schwärmen So Wir schwimmen jetzt rüber Zu dieser Insel In der Nacht Wir können auch mal Oh das ist schön Wie schön das aussieht Eine Privatinsel Mal wieder hier Glaub ich Und das Alter Es ist einfach Ein rosa Himmel Das ist voll toll Das ist voll schön So Wir haben jetzt bald Alles von dieser Welt Hier gesehen Und dann geht es Tatsächlich in den Multiplayer Dann geht es in den Multiplayer Und da freue ich mich drauf Das kann ich euch versprechen Das wird awesome So Was Hier ist eine Burg Hier steht eine Burg Wie heißt es Oldtons Hier steht eine Burg Eine Ritterburg Was Sind hier Zombies Alles klar Hier kann man nicht looten Na Nein da ist nichts Alter Haben die sich einfach Eine Burg gegönnt Ja gut Hier kann man gut überleben Denk ich mal So Kann man auch in den Turm Hier hoch Ja Tatsächlich Ab nach oben Ey krass Geil Hast du toll gemacht Du sollst da hoch Klettern Nice Toll So ein Ficker Alter Kletter einfach runter Danke Mein Bein ist gebroken Toll Warte mal Ich will diese Waffe hier Eh wieder weg haben So Und die dafür Nein halt Wo ist die Cobra Da unten So Manometer Ey ohne Wissen Ist mein Knochen gebroken So Ich muss in diese Richtung Wir gehen jetzt Zur Wellington Oder wir Zur Pirate Cave Ne wir gehen nach Also das haben wir schon gesehen Die Wellington Farm Noch nicht Jetzt tun wir hier Das da abklappern Hier unten Dann schwimmen wir in diese Richtung Oder Ein bisschen mehr in diese hier Also da müssen wir Also da müssen wir rüberschwimmen Also da müssen wir rüberschwimmen So Okay Let's go So Sind gleich drüben Klub 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 kl komplett gesehen haben, kann man sich eigentlich auch eigene Maps erstellen. Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, ob es einen Mapmaker gibt. Das würde ich nämlich echt gerne mal probieren. Einfach so eine eigene Unturned Map. Oh, das hätte schon was. Eine eigene Unturned Map. Und die dann irgendwie ins Spiel importieren und die kann man dann zocken. Oh, wäre das schön, gell? So. Und was liegt hier drin? Ich dachte gerade, da liegt eine Leiche. Oh, hä? Da liegt tatsächlich. Da liegt eine Leiche. Hä? Hä? Seht ihr das auch? Warte mal, Craft. Das da zu dem. Und das da zu dem. Und das da zu dem. Okay, gut. Dann wollte ich hier noch gucken. Habe ich 50 Punkte? Ne, habe ich nicht. So. Und pam. Und pam. Okay, jetzt geht nichts mehr. So, was ist hier drin so? Bandagen habe ich jetzt erst mal. Ein Compound Bow! Shit, Mann. Jetzt brauchen wir nur noch die Pfeile. Scheiß auf alles. Ich habe einen Schuss. Hoffentlich verbrauchen sie sich die Pfeile nicht. Oder unten ist ein Pfeil. Wie geil! Also, ich meine, dass ich den Pfeil schießen kann und danach wieder aufsammeln. Wisst ihr, wie geil das wäre? So. Wow. Jetzt wäre ich Daryl Dixon, ne? Gehen wir mal hier rein. Was ist das da? Lol. Das Gewehr pimmelt hier rum. Na, ich suche eine Mosche. Äh. Na. Ja. Oh, fuck. Nein. Gut. Wir lassen das Ganze. Das war Spaß. Ich will den Bogen jetzt eigentlich gerne testen. Aber guck mal noch, ob irgendwo ein Pfeil ist. Ne, komm. Wir testen jetzt den Bogen. Da habe ich so Bock drauf, Leute. LoL, da muss man ja voll gut zielen. Ich habe ihn getroffen. Reload. Schneller. What the fuck? Und man kann die Pfeile wieder einsammeln. Das ist schön. Das ist gut. Wow. Und pam. Und pam. So. Wo ist der Pfeil? Da. Nice. Zwei Pfeile reichen. Okay, Achtung. Und. Oh. Nicht getroffen. Schnaps gesorgen, ne? Und pam. Und pam. So. Okay, die Pfeile bitte. Brauche die wieder. Ich fühle mich jetzt richtig cool mit dem Bogen, gell? Könnte mir sagen, was er wolle. Gibt es hier vielleicht noch einen? So ein Pfeil. Na, was ist das? Chainsaw. Na, die will ich jetzt nicht schon wieder haben. Die habe ich in Yukon gehabt. Na, okay. Gut, dann komme ich hier runter mal. Okay. Da kommt es her. Und. Und. Kap. Pounce. Und. Kap. Pounce. Und. Kap. Wow, fuck. Und. Pounce. So. Sehr schön. Und jetzt will ich den da erledigen. Mit dem Bogen. Ups. Fülle erstmal nach. Okay. Die brauchen trotzdem noch drei Schläge. Die Pfeile brauchen sich aber auch. Wow. Und. Pam. Und. Pam. So. Und jetzt. Äh. Warte mal. Hier Skills. Habe ich das aufgewertet. Okay, gut. Jetzt machen wir uns auf den Weg in die Stadt. Aber. Wie diese Geschichte weiter geht. Seht ihr dann erst in der nächsten Folge. Meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Und. Tschüss.